hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge outlast perfekt kabel läuft wir sind jetzt bei den aufnahmeraum dahin da ist der projektor das ist ein projektor hallo ich glaube da hat er doch dann habe ich mich vertan ja es ist der augen gewesen ja es hat habe ich das gesehen und dachte es wäre ein abgeschlossener raum ich mein fehler ist sorry mach ich habe mir das eingeflussert ich sollte das sagen aber können wir einspielen ok ha ha schön dafür ist meine kamera aus Du musst doch nicht aufzeichnen. Unikal. Passiert. My homeland in those years, it's impossible to understand the things we felt, what we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to this. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway... a gateway to one. How many years I learned? Say it. Oh man. Let's read it, let's read it. Oh man. Das Wernicke Entlassungsinterview. Das heißt Wernicke, haben die gesagt. Wernicke. Das ist deutscher Name. Wernicke. Wernicke. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen, ersetzt sich in meinem Kopf fest wie ein Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinze und sehe Rohrschachttests, die wie Aufschwerden, um Sekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den War Rider zu beschwören. Es ist das Summen, ich höre es in meinen Knochen. Okay, unser Typ wird auch verrückt. Hauptaufgabe war der Schlüssel, oder? Ja. Ja. Im Aufenthaltsraum. Es ist so strange einfach. Es ist so strange in der Näghorhut. Ah, ausgabben. Wetten, er ist verschlossen. Ja. Kannst du den Schrank öffnen? Ja, geh an. Bleib erst mal unten. Ja, soviel zu, bleib mal unten. Ah, Dokument. Gott sei Dank. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Vom 13. September um 4.19 Uhr. Grant schrieb, nekrotisierende Fasziitis. 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 Wirklich? Verdammt, ich kündige. Ja, echt ey. Hätte ich auch so Fasziitis, ne? Gott. Ich habe es jetzt anders gelesen. Facilities habe ich gelesen. Facility, ja. Facility Manager. Nein, es geht um Fasziitis. Also, das war jetzt voll vergessen die Bedeutung. Faszi... Facility? Ja. Facility Manager ist quasi Hausmeister. Ah. Okay. Das ist wahrscheinlich die kaputte Kamera. Achso. Ich dachte, was ist das? Kamera, äh, Batterie! Juhu! Wasserschlüssel! Das ist doch kein Aufenthaltsraum. Puh! Mann, ey! Aber wie gesagt, das ist doch kein Aufenthaltsraum. Na, aber das Kino ist der Aufenthaltsraum. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Ich kann sogar nicht sagen, dass der Typ jetzt so schnell da ausgerannt ist. Sein, der hat so einen Monster-Jump und kann da von Balkon zu Balkon springen. Ähm, ja. Was steht denn an dem Projekteur jetzt dran? Ah, okay. Gerne, bis wir in die Störung kommen. Weil die Kamera kaputt ist. Ja, dann könnten sie ja laufen kommen. Und jetzt ist sie wieder offen? Was ist denn hier abkürzen können durch das Kino? Okay, wir wollen nichts verpassen. Ähm... Lauf! Äh, wo? Da. Da geht sie mir hoch! Oh nein. Oh nein. Zoom mal hier ran. Oh nein! Nein! Ja, warte, warte, warte. Hier nach dem, wo der lang geht. Ja. Aber es waren mal zwei, ne? Ah, da kann man nicht mehr. Da muss doch die Tür. Der ist auch da. Vorsicht. Da ist nicht so krass in Sicht da oben reinguckt. Von Projekter. Ja, der ist, 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 ist nicht da. Der ist, glaube ich. Warte mal ab, wo der hin geht. Wenn du schnell genug bist, kannst du dann vorbei rennen. Oh, der rennt ja nicht. Okay. ficken 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 dsuper ich küsse manscrale 2 2 Scheiße Muss nach unten, glaub ich, zum Pfarrer, ne? Zum Pfarrer Oh War die Aufgabe nicht, dass du nach unten gehen musst? Nope Wir waren schon mal unten Aber da stand grad irgendwie, du musst den Weg zum Na, wir müssen nach oben Scheiß auf Ach, das war er Sicher, sicher Können wir nicht abschließen? Speichert, ja Och komm schon Das ist doch Verarsche Wir haben den Film gesehen Warum können wir jetzt nicht zu dem Priester hin? Nein, der hat bestimmt noch nicht genug gesehen Wir sind noch nicht traumatisiert genug Denn es klingt so Jetzt kommt die Ohr weibliche Pfarrermusike Versteht mir das Okay, da muss ich mich hoch. Was ist das? Hallo? Ah, sorry. Ich war da. Fettdamm vorbei. Ah, es kommen wir noch auf die andere Seite, ne? Ah, dann kommen wir vielleicht da durch. Aber ich hab da eine Tür gesehen. Ja, wahrscheinlich muss ich gleich durch, weil die andere Tür dann zu ist. Boah. Okay. Ich frage mich, wie das diesmal passieren wird. Was war mit dem anderen? Ja. Okay. Ich dachte, das wäre ein Easter Egg, so ein Easter Room so. Ach so, ja. Wie sieht das aus? Er hofft auf besseren Fernseherempfang. Schon wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vorm Fernseher kniet. Gebt mir wieder Senderempfang. Vielleicht glaubt dein Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von dir zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sons. Evangelium des Sons. Klingt ja toll. Einmal entgegen treten, ist schon ein bisschen durch. Stimmt, ist der Glas. Welche Leiche sitzt hier auf dem Klo? Und... Oh, hm. Trillten. Warum beten die jetzt plötzlich alle? Lutsche meine Eier. Die beiden auch wieder. Schöne Röbelsäule. Ja. Alter, geh mal was essen, ey. Oh nein. Ich dachte, da draußen hängt irgendjemand. Ich guck doch einfach so. Wirst du so schön mit der abgehackten Hand in die Türlehne so einnehmen, ne? So, yo, was geht? Du denkst, du bist krass. Ich bin krasser. Ich bin zwei Finger verloren. Und du? Hey, Leute. Es geht. Ich bin Malz Abschur. Ich bin Promi. Ich bin ein unwürdiger Bittstiller, der in unseren Herren nur dienen kann, indem er ihn nährt. Wie auch immer er ihn nährt. Bitte nimm mich, War Rider. Achso, hier. Lass es den Aposteln meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dieses Mal Gebet ritzt dein Evangelium in mein Fleisch. Schön. Ja. Also in den Fetten könnte man bestimmt ein ganzes Evangelium reintreffen. Achso, ja. Battery. Achso, jetzt müssen wir draußen Parkour machen, ne? Oder kommen wir dort nicht? Ne. Wir müssen jetzt draußen Parkour machen, dann kommen wir nicht durch. Ach, da ist einer auf dem Fenster. Du könntest abhauen. Es wäre so einfach. Du sollst ja das überleben, ohne drauf zu gehen. Das wird jetzt in der nächsten Folge. Also jetzt kannst du endlich mal ne Dusche nehmen. Ja. Gott hasst Schwäche. Das ist immer im Beten gestört. Ach, hier waren wir gerade eben. Ja. Die Stimmen, hören wir den War Rider schon? Gott hasst Krank... äh... Gott hasst Krank... äh... Gott hasst Krankheit... Gott hasst... Geld... ...provide... ...a... ...a... ...wais... ...provide... ...a... ...way. Ah, okay. Bin ich bereit? Du bist es gleich. Achso. Soll ich meinen rausholen? Dass ich dir Platz... Sei dir Platz, ne? Nein, nein, nein. Bam, Junge, ne? Was sagst du, ne? Sagst du nichts mehr? Hast Angst, ne? Und du, ne? Was? Hab ich mir gedacht, du kleine Schwuggele. Ich bin mein Mann. Wir beten dir an. Ähm... Ach, das ist dort der Priester. Oder das war der Priester. Mein Jehobe! Du allein sollst die Tauber wegwerfen. Das ist dein letztendliches Akt der Wettbewerden. Die Prozesse der Propheten war immer immer Freiheit von der Tod. Und hier ist es. Du wirst mich sehen. Du wirst mich sehen. Meine Resurdeckung. Und zusammen, wir werden uns freiwillig. Du bist deinem Gefahr. Ich habe dich in der Erde. Es wird dich um zu Freiheit. Wir werden alle, wir leben. Du selbst. Du, mein Mann. Du, mein Mann. Du scheickst. Du schrittst. Du, mein Mann! Du. Du schrumpfst. Du, dein Mann! Du! Du! als wenn ich es gewusst hätte er ist tot verrückt alter Priester die Leidenschaft von Vater Martin ich kann nicht fassen dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat ich werde ihn bestimmt nicht vermissen ein Weg nach draußen wenn er die Wahrheit sagt kenn ich jetzt den Weg und ich habe seine Geschichte er möchte dass ich sein Evangelium verbreite ich werde es der ganzen Welt verkünden als ob ein Schlüssel so einen Aufzug hat soll ich wieder meinen Pimmel rausholen? soll ich? da habe ich es mir gesagt auf zum Aufzug das ist der typische Weg nach Hause immer durch die Lüftung schafft oh ne ich weiß gerade nicht ob er den aufgibt ich bin der Typ wa ahhh lauf, 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 lauf! wahrscheinlich musst du irgendwo ja einfach irgendwo ein und die Tür wieder zu warte wenn der da gegen, wenn dergegen Tür klappt durch die andere aus, genau warte noch bis der, ok fack Geh woanders rennen! Oder renn dahin, wo der hergekommen ist. Wo ist der da hergekommen? Ja, da oben. Ja, ok. Wir haben 100% ein Dokument übersehen. 100% Bevor du jetzt weiter rennst, warte mal. Was passiert mit dem? Wo verschirrt der hin? Spring noch nirgendwo runter. Ich will wissen, ob der Typ gleich weg ist und ob du da noch mal hin kannst. Ne, wir wandten die weiter. Also willst du jetzt den Raum durchsuchen? Ja, da ist irgendwo bestimmt ein Dokument. Für den Erfolg? Ja, komm zumachen. Die Folge ist vorbei. Tja, Mario will ja jedes Dokument gucken, ne? Ich hab bestimmt schon 2, 3 übersehen oder so. Oh, viel Glück, ne? Du suchst noch die ganzen Dokumente. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Au! Das gucken wir auf jeden Fall in der Folge an. Okay, der eine alte Mario macht's dann in der nächsten Folge. Tschau! Das ist Hib크 nicht. Das war wirklich ein Hund. Das ist Hib크 nicht. Ach. Das ist Hib лучше. Wenn ich auf jeden Fall war. Oh, was hat der Jaap immer noch einmal gewinnen? Dann bin ich auf jeden Fall mal. ARD Text im Auftrag von Funk